Hallo, im folgenden Video erkläre ich Ihnen das Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Das brauchen Sie beispielsweise, um Projekte im Unternehmen zu bewerten. Dazu sind die Begriffe des Diskontierens, des Barwerts, des Kapitalwerts und auch des internen Zins ganz zentral. Und dazu schauen wir uns natürlich jeweils Beispiele an. Viel Spaß! Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik. Dazu starte ich mit einem Beispiel. Da geht es um zwei parallele Konten und wir rechnen jetzt 7% pro Jahr. Und jetzt schauen wir uns diese beiden Konten an, beziehungsweise die Einzahlungen, die da passieren. Dann haben wir hier jeweils den Zeitpunkt gemessen in Jahren, ab heute zum Beispiel oder ab dem 01.01. Das ist einfacher, dann müssen wir uns nicht mit Tagen rumschlagen. Zum Start, Zeitpunkt 0, dann nach 5 Jahren passiert was, es passiert was nach 10 Jahren und es passiert was nach 20 Jahren. Konto A und wir haben ein Konto B und diese Einzahlungen in 1000 Euro. Konto A zum Zeitpunkt 0, 50.000 Euro und dann passiert nichts mehr. Und beim Konto B, da passiert zum Zeitpunkt 0 nichts und nach 5 Jahren werden 10.000 Euro eingezahlt. Dann werden nach 10 Jahren 50.000 Euro eingezahlt und nach 20 Jahren nochmal 60.000 Euro. Was hätten Sie denn lieber? Es geht jetzt ganz explizit, geht es nicht um ein Liquiditätsthema. Man könnte jetzt argumentieren, ja 50.000, wenn ich die heute habe auf dem Konto, dann kann ich sie natürlich heute gleich verwenden und bei den anderen muss ich 20 Jahre warten, bis ich das Geld bekommen habe. Darum geht es jetzt nicht, denn sich vor, die beiden Konten sind geblockt 20 Jahre lang. Also sie kommen erst nach Ablauf der 20 Jahre an das Geld dran. Was würden Sie jetzt sagen unter diesen Voraussetzungen? Was würden Sie nehmen? Konto A oder Konto B? Ohne es zu rechnen, ist schwierig zu sagen. Na ganz einfach, ich rechne den Kontostand aus. Wie viel wäre denn das inklusive Zinsen nach Ablauf der 20 Jahre? Und zwar im Konto A und im Konto B. Konto Endstand vom Konto A. Gut, das ist die erste Zahl, die wir uns schon mal überlegen. Konto B. Die erste Summe, die hier auf dem Konto einläuft, das sind die 10.000 Euro. Liegen ja dann insgesamt 15 Jahre auf diesem Konto. Das heißt, ich verzinse jetzt als erstes mal die 10.000, 15 Jahre lang. Und dann kommt dazu noch die zweite Einzahlung, die hier nach 10 Jahren passiert. Das sind diese 50.000. Die liegen dann noch 10 Jahre auf dem Konto. Dann haben wir noch die 60.000. Die werden gar nicht mehr verzinst am Schluss. Also es war jetzt nicht ein super klares Ergebnis. Wenn ich die beiden Zahlen jetzt hier gegenüber stelle, dann sehen Sie schon, naja, das sind jetzt gerade mal 8.000 Euro Unterschied. Nicht ganz. Ohne Rechnen ist es schwierig zu entscheiden. Gut, ich male jetzt der Vollständigkeit halber auch noch mal so ein Zeitstrahl hin. Und ein Endbetrag, den wir da ausgerechnet haben, das war unser KNB. Jetzt möchte ich ganz gern das Gleiche noch mal machen. Aber mit einer bisschen anderen Perspektive. Und dann nähern wir uns diesem Begriff des Diskontierens. Meine Idee ist folgende. Ich würde ganz gern das gar nicht auf den Zeitpunkt 20 Jahre beziehen, sondern ich überlege mir, wenn ich das Konto B jetzt ersetzen würde, durch eine einzige Zahlung hier zum Zeitpunkt 0, wie hoch müsste diese Zahlung denn dann sein? Und klar, bei dem Konto A, da habe ich keine Arbeit. Ja, logisch. Da kommt ja nur eine Zahlung zum Zeitpunkt 0, das sind das die 50.000. Bei Konto B, ich habe ja schon das KN ausgerechnet vom Konto B. Jetzt angenommen, ich würde sagen, ich habe einen bestimmten Betrag, K0 B, den setze ich zum Zeitpunkt 0 ein, einen einzigen Betrag. Also nicht diese ganze Reihe von Zahlungen, sondern nur den einen. Und jetzt möchte ich gern, dass der 20 Jahre lang verzinst wird. Und dann sollen die 185.000 rauskommen. Wie mache ich das? Dann haben wir die Zinseszinsformel. Ich sage, das ist dann dieser Betrag am Anfang mal 1,07 hoch 20. Wenn ich jetzt auflöse nach diesem K0, dann ist das, das ist bekannt. Und wenn Sie das jetzt hier einsetzen, kommt da raus, Euro. Was haben wir jetzt gemacht? Also wir haben diese 185.000, die haben wir ja vorhin ausgerechnet. Wie haben wir die ausgerechnet? Wir haben dieses K0 von B genommen und haben KN mit 1,07 hoch minus 20. So, jetzt möchte ich das ganz gerne einsetzen, aber nicht die Zahl, sondern was wir gerechnet haben. Und das haben wir jetzt nochmal mit 1,07 hoch minus 20 multipliziert. Jetzt multipliziere ich dieses 1,07 hoch minus 20 hier mal rein in die Klammer. Gut, nochmal ein Bildchen dazu. Ich überlege mir, wie viel müsste ich heute zum heutigen Zeitpunkt anlegen, so dass ich in 5 Jahren bei 7% 10.000 Euro habe. Zins ist Zinsformel rückwärts. Das ist das Diskontieren. Und das gleiche Spielchen mache ich mit den 50.000 hier. 60.000. Angenommen, Sie haben irgendeine Zahlung zu irgendeinem Zeitpunkt und Sie wollen sozusagen den Wert dieser Zahlung zu einem Zeitpunkt ausrechnen, der weiter rechts liegt am Zeitstrahl, dann potenzieren Sie mit positiven Exponenten, je nachdem, wie viele Jahre das sind. Wenn Sie nach links gehen auf dem Zeitstrahl und sozusagen zurückrechnen wollen, dann nehmen Sie negative Exponenten. 5 Jahre nach links heißt hoch minus 5, 15 Jahre nach rechts heißt hoch plus 15. Negativ links, positiv rechts. Was wir jetzt hier ausgerechnet haben, insgesamt, das ist dieses K0b. Und man nennt dieses K0 von B auch den sogenannten Kapitalwert dieses Zahlungsstroms. Zahlungsstrom meint man einfach eine Kette von Zahlungen. Dieses K0, das kann ich jetzt schreiben als die Summe von T, das sind die Zeitpunkte von 0 bis N. Ja, das ist der Zeitpunkt heute, T gleich 0. Und das ist der Zeitpunkt N, das ist die letzte Zahlung, die da passiert. Die Höhe der Zahlung, die bezeichne ich jetzt hier mit AT und dann wird das jeweils diskontiert mit Q hoch minus T. AT ist jeweils eine Zahlung zum Zeitpunkt. Dann haben wir das Q, das ist dieser sogenannte Kalkulationsfaktor. T ist dann der jeweilige Zeitpunkt. K0 heißt Kapitalwert des Zahlungsstroms AT. Die einzelnen Summanden, die hier drinstehen, den Barwert von AT, das ist aber nicht einheitlich in der Literatur. Also wenn Sie so ein Lehrbuch aufschlagen, auch ein BWL-Lehrbuch beispielsweise, dann manchmal wird es durcheinander geschmissen und dann nennt man die ganze Summe den Barwert dieser Zahlungen. Wenn ich unterscheide es und sage es, wenn es eine einzelne Zahlung ist und ich diskontiere die auf den Zeitpunkt 0 nach vorne, dann spreche ich von dem Barwert dieser einzelnen Zahlung. Und wenn ich alle diskontierten Zahlungen insgesamt nehme, also die Summe draus, dann ist es der Kapitalwert dieses gesamten Zahlungsstroms. Wenn Sie jetzt zwei solche Zahlungsströme haben, jetzt nenne ich den ersten mal AT und den zweiten nennen wir BT und die heißen finanzmathematisch äquivalent, wenn Ihre Kapitalwerte gleich hoch sind. Und da kann man jetzt natürlich ein paar Beobachtungen daraus ableiten aus dieser Definition. So, erste Beobachtung. Wenn Sie zwei Projekte haben, dann ist das mit dem höheren Kapitalwert immer das Bessere und das ist vorzuziehen. Nur Projekte mit positivem Kapitalwert sind rentabel. Jetzt noch ein Satz oder zwei vielleicht sogar zu diesem sogenannten Kalkulationszinssatz, der ja in unserer Formel drin stand. Im Unternehmenskontext ist das typischerweise jetzt nicht ein Bankzins. Das hängt natürlich auch von der Laufzeit des Projekts ab, wie unsicher oder sicher diese Zahlungen da sind. Also, je nach Branche ist so ein Kalkulationszinssatz mal höher, mal niedriger. Also ich würde mal sagen, so in der Industrie von 5 bis 15 Prozent gibt es da alles. Und ja, wie gesagt, in der Softwarebranche, da sind die typischerweise noch deutlich höher, diese Kalkulationszinssätze. Im Kalkulationszinssatz steckt ein branchentypischer Risikoaufschlag, projektbezogene Risikoaufschläge und Kalkulationszinssätze. Aber sehr oft ist es so, dass eine Firma hat einen Kalkulationszinssatz, mit dem sie alles rechnet. Ich mache wieder so eine Ein- und Auszahlungstabelle und jetzt ist die Frage, wie hoch ist der Kapitalwert? Zu einem Kalkulationszins 12 Prozent. Wir setzen ganz stur in die Formel ein. Das heißt, ich nehme jede dieser einzelnen Zahlungen und diskontiere die mit dem jeweiligen Zeitpunkt. Aus den 2 Millionen werden jetzt hier, wenn ich die Abzinse, 1,135 Millionen ungefähr. Was heißt denn das? Das heißt, dieser Rückfluss, also dieser Umsatz, den Sie da geplant machen, in 5 Jahren mit dem Projekt, ist aus heutiger Sicht nur noch 1,13 Millionen wert. Und in dieser Zahl, dass die jetzt so viel niedriger ist als die 2 Millionen, da steckt jetzt drin, erstens, dass es natürlich in der Zukunft passiert, das heißt, ich hätte mein Geld auch irgendwo anders anlegen können und da Zinsen bekommen können. Aber da steckt jetzt auch dieser Risikoaufschlag drin, weil es ja nicht so hundertprozentig sicher ist, dass Sie diese 2 Millionen tatsächlich kriegen. Deswegen werden diese 2 Millionen in 5 Jahren nur noch mit 1,13 Millionen bewertet. Die 3 Millionen nach 10 Jahren, können wir auch noch mal ausrechnen, 3 Millionen in 10 Jahren sind aus Unternehmenssicht, aus heutiger Sicht, gerade mal noch eine knappe Million wert. Okay, und was wir jetzt machen ist, wir rechnen eben diesen gesamten Kapitalwert hier aus und da kommt raus, gerade mal 100.000 ist der Kapitalwert dieses Projekts. Das heißt, aus Unternehmensperspektive und übrigens auch aus IFRS-Perspektive, wenn Sie tatsächlich den Unternehmenswert bestimmen wollen, dann ist dieses Projekt, wenn es in den Büchern steht, aus heutiger Sicht, gerade mal noch 100.000 Euro wert. Ich kann es noch mal in Excel nachbauen. Sagen wir Konto A, Konto B und dann hier haben wir Zeitpunkt 0, 5 und 10. Hier haben wir minus 2. Dann haben wir hier 2 Millionen und hier haben wir 3 Millionen. Und jetzt rechne ich mal den Endwert aus hier, also das KN sozusagen. Das wäre ja jetzt nochmal den Betrag mal 1 plus unseren Zinssatz. Also das ist schon mal die erste Zahl. Wenn ich jetzt 2 Millionen in die Miesen gehe, sozusagen auf dem Konto und ich lasse das 10 Jahre liegen, dann haben Sie einen Endwert von 6,2 Millionen. Miese. Das gleiche Spielchen mache ich jetzt mit den 2 Millionen, die dann in 5 Jahren fällig sind. Wenn ich die in 5 Jahren anlegen würde, dann hätte ich in 10 Jahren 3,5 Millionen. Und die 3 Millionen in 10 Jahren, die kommen direkt aufs Konto. Da passiert nichts. So, da kommt jetzt eine Summe raus. Wenn ich die 3 Zahlen zusammenzähle von 312.986. Okay. Das wäre jetzt unser Konto B. Das ist unser Kapitalwert. Und wenn ich den jetzt hier auf Zinse, den Wert mal 1 plus 12 Prozent hoch 10 minus das da, also hoch 10 in dem Fall, aber das ist 0, dann kommen wir auf diese 312.000 und das ist natürlich, weil es nur eine Zahl ist, da haben wir ja zu den anderen Zeitpunkten nichts mehr, ist das schon die Summe. Und jetzt schauen Sie, das ist genau das Gleiche. Also, ob ich heute 100.773 auf dem Konto lege oder ob ich heute 2 Millionen abbuche von diesem Projektkonto, dann in 5 Jahren nochmal 2 Millionen draufbuche und in 10 Jahren nochmal 3 Millionen draufbuche, kommt zu diesem Zinssatz auf exakt das Gleiche raus. Das heißt, der Wert dieses Projekts aus heutiger Sicht, Kontostand heute, müsste sein, wenn dann nichts mehr passiert, 100.000 Euro und ein bisschen was. Das ist mein Projektwert. Eine spannende Frage haben wir noch. Hm. Wir haben jetzt hier mit 12 Prozent gerechnet. Und da ist jetzt rausgekommen, der Kapitalwert von dem Ding ist das hier. und der ist offensichtlich zwar nicht großartig positiv, aber er ist positiv. Das heißt, aus Unternehmenssicht würde jetzt nichts dagegen sprechen, dieses Projekt durchzuführen, positiver Kapitalwert. Jetzt haben wir mit einem Kalkulationszinssatz von 12 Prozent gerechnet. Was wäre denn jetzt, wenn wir diesen Kalkulationszinssatz erhöhen? Also zum Beispiel mit 15 Prozent rechnen. Ja, nochmal ein kurzer Check. Bei den 12 Prozent haben wir unsere 100.000. Und wenn ich jetzt 15 Prozent eintippe, dann kommt dann negativer Kapitalwert aus. Das heißt, wenn Sie jetzt in Ihrer Firma diesen Kalkulationszins von 15 Prozent haben und der ist typischerweise nicht verhandelbar und Sie kommen mit diesem Geschäftsplan um die Ecke, der ja auf den ersten Blick ganz erfreulich aussieht, wir haben eine Projektlaufzeit von 10 Jahren und wenn man sich jetzt einfach nur mal ganz platt, ganz naiv diese Zahlen aufwertiert, dann kommt man auf einen Gewinn von 3 Millionen Euro. Platt gesagt. Aber der Kaufmann wird sagen, nee, Freundchen, tut mir leid, aus diesem Projekt wird nichts. Ich kriege hier einen negativen Kapitalwert raus. Der steht auch, würde genauso in unseren Büchern stehen. Dieses Projekt wird nicht durchgeführt bei uns. An diesem negativen Kapitalwert kommen Sie nicht vorbei. Ja, und jetzt können Sie natürlich im Vorfeld da mal versuchen auszuloten, wo ist denn jetzt genau der Punkt, wo die Sache kippt. Bei 12 Prozent, haben wir gesehen, kommt ein positiver Kapitalwert raus. Bei 15 Prozent kommt ein negativer Kapitalwert raus. Mit 13 Prozent, oh, da ist er schon negativ. Also 12,5 vielleicht. Gerade noch positiv. Okay, also 12,5 Prozent ist ja gerade noch positiv. Und da könnte man sich jetzt rantasten. Jetzt könnte man sagen, okay, also 3 Viertel, das ist fast Null. Das ist quasi eine schwarze Null für den Kapitalwert. Also 12,3 Viertel Prozent und dann wahrscheinlich noch ein bisschen Ticken mehr. Wir könnten das Spielchen jetzt natürlich beliebig weitermachen und dann würden wir, guck mal, 76, ja, das ist fast Null. Der Zinssatz, der hier zu einem Kapitalwert von Null führt, der hat einen besonderen Namen. Das ist der sogenannte interne Zins. Gesucht, Zinssatz, bei dem K Null von Q genau Null wird. Dieser Kapitalwert betrachte ich als Funktion in Abhängigkeit von Q. Dann nennt man dieses Q interner Zins. Und in dem Beispiel, da können wir das sogar ausrechnen, das mache ich jetzt mal. A Null in Abhängigkeit von Q ist ja, und das Ganze soll Null sein. Und jetzt lösen wir das nach Q auf. Das geht in dem Fall tatsächlich rechnerisch ganz gut. Also uns mal substituieren. 5 mit x, sagen wir mal. Dann ist unsere Gleichung, können wir in die Mitternachtsformel einsetzen. Ein bisschen genauer. Sie sollten an der Stelle natürlich jetzt nicht mit diesem gerundeten Zwischenergebnis weiterrechnen, sonst haben wir ein Problem, weil das ja noch nicht das Endergebnis ist. So, und dann gibt es noch eine zweite Zahl, die da rauskommt. Irgendwas mit Minus, Punkt, Punkt, Punkt. Das ist mir aber wurscht, weil das macht ökonomisch jetzt keinen Sinn. Gut, und dann ist das Q, x hoch so minus ein Fünftel, ungefähr 1,1276. Das entspricht 12,76%. Das war auch das, was wir in Excel durch Probieren rausgekriegt haben. Allgemein könnten Sie an der Stelle, können wir noch Folgendes aufschreiben, wenn dieser interne Zins größer als Kalkulationszins, dann ist das Projekt typischerweise rentabel. Also einen positiven Kapitalwert. Also einen positiven Kapitalwert. Das gilt aber nicht immer, muss ich einschränkend dazu sagen. Warum? Wir haben jetzt hier ein sehr gutartiges Beispiel gehabt. Wir hatten eine Investition am Anfang mit einer negativen Summe und dann hatten Sie nur noch positive Rückflüsse, das sogenannte Normalinvestition. Es gibt so pathologische Beispiele, da ist es nicht ganz so einfach. Da haben Sie eine Investition am Anfang und dann gibt es einen Rückfluss und dann gibt es nochmal eine große Investition, dann wieder einen Rückfluss, nochmal eine Investition und dann geht das immer hin und her. Und wenn das so ist, dann kann dieser Kapitalwert in Abhängigkeit von dem Q auch mal ziemlich einen komischen Verlauf haben und mehrere Nullstellen haben. Da passieren dann die absurdesten Situationen, nämlich Sie haben einen bestimmten Kalkulationszinsbereich, da haben Sie einen positiven Kapitalwert und dann gibt es weiter hinten vielleicht nochmal einen höheren Zinsbereich, da ist wieder ein negativ und dann gibt es wieder einen positiven und so weiter. Also mehrere Nullstellen. Sehr selten. Das ist nicht typisch für Projekte und typische Produkte, die verkauft werden. Deswegen können Sie eigentlich typischerweise davon ausgehen, dass das stimmt. Und die zweite Anmerkung, die ich dann noch dazu schreiben muss, eine Anmerkung, das was wir jetzt hier gemacht haben, nämlich diesen internen Zins exakt ausrechnen. Das geht im Allgemeinen nicht. Wenn Sie da mehr als zwei Zahlungen haben, die jetzt auch nicht den gleichen Abstand haben, vielleicht, dann sind Sie sehr schnell im Nirwana. Na, das ist ein Polynom, was hier rauskommt und das kann ein Polynom beliebig hohen Grades sein und da gibt es keine analytische Lösung. Das heißt, da ist man dann auf numerische Lösungen angewiesen. Der interne Zins ist im Allgemeinen nicht analytisch bestimmbar. Soviel zum Äquivalenzprinzip der Finanzmathematik beziehungsweise zum zentralen Begriff des Kapitalwerts. Die Formel dazu sehen Sie hier auch noch mal. Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt auch noch mal aufmerksam. Viel Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.